Hallo liebe Leute hier ist wieder Robin Di und jetzt mit einem weiteren Video zu den Vorschlägen für die Änderungen im öffentlichen Verkehrsnetz im Norden Wiens in Transdanubien und jetzt mit nur einem etwas kürzeren Video wo ich eben herzeige wie ich mir das dann quasi mit der Haltestellenverteilung vorstelle an den etwas größeren Umsteigeknoten. Beginnen wir hier mit Kagran. Da hätte ich einerseits den Vorschlag weil hier Kagran wird ja derzeit umgebaut und hierher kommt dann eben ein Hotel soll hierher kommen, noch ein paar Shops weil ja hier im Donutzentrum noch nicht genügend Geschäfte sind und ein Ärztezentrum und sonst noch irgendwas soll hierher kommen und da denke ich mir entweder darüber oder darunter oder irgendwie darunter schräg daneben oder was auch immer könnte man ja ein Park and Ride machen. Park and Ride sollten zwar größtenteils am Rande der Stadt sein aber kleine können auch innerhalb bei größeren Verkehrsknoten sein damit die Anrainer mit ihrem Auto nur von wo sie wohnen bis zum nächsten größeren Verkehrsknoten fahren und nicht gleich in die Stadt. Ob das so funktioniert ist dann die Frage, ob sich die Menschen auch daran schön halten aber ja also hierher könnte man in dem Bereich auch noch irgendwo vielleicht ein Park and Ride unterbringen beziehungsweise sogar nachträglich noch einbauen. Aber jetzt zu den eher noch mehr für den öffentlichen Verkehr gültigen Vorschlägen. Einerseits wenn hier in Kagran dann eben die vorgeschlagene Linie 24 oder wie auch immer man es nummerieren will dort dann hinkommt bräuchte man auf dieser Seite der U-Bahn-Station ein zusätzliches Gleis weil auf der Seite beim Donauzentrum hat man bereits zwei Gleise auf der anderen Seite aber nur eins was eben heißt, dass hier durchaus was stehen kann was dann Sachen, die von hier kommen blockiert oder genau andersrum, dass hier was steht das dann irgendwas aus dieser Richtung kommend blockiert. Das heißt, dass man hier auf dieser Seite ein weiteres Gleis bräuchte wenn man nicht jedes Mal über den Betriebsbahnhof wenden will was auch nicht wirklich gut geht deshalb hier raus ein zweites Gleis bauen hier dieser Teil mit der Straße dieses Satellitenbild ist schon nicht mehr aktuell denn hier wird eben auch gerade großräumig umgebaut das heißt derzeit ist es so dass ungefähr hier und hier so Haltestelleninseln sind wo derzeit 94a und 27a halten und dann geht diese Straße hier rauf und eben hier ist eben diese Teilung mit den beiden Haltestellen und das geht dann hier wieder ineinander rein und die Straße geht jetzt so ungefähr hier rauf und dann hier eben so weiter und diese Straße ist es, die man dann als Straße für diese Straßenbahn hier verwenden könnte das heißt, dass hier die Gleise dann auf da reingehen und da wo derzeit jetzt die 27a Haltestelle ist, die neue könnte dann hier ein bisschen verlängert die Straßenbahnhaltestelle sein das messe ich mir jetzt kurz mal aus ob sich das hier ausgehen würde ja, das würde sich ausgehen, dass eben von hier bis hier vielleicht hier noch ganz leicht in der Kurve liegend die Straßenbahnhaltestelle des 24ers ist wo er auch seine Stehzeit einhält und hier, so wie dann hier ein bisschen weiter oben entlang der Straße könnte man dann noch Bushaltestellen haben wenn man sie denn bräuchte braucht man aber nicht denn den Busbahnhof würde ich hier so nah an die U-Bahn legen wie möglich hier ist genügend Platz, hier sind offene, betonierte Flächen wo sonst nichts ist das heißt, hier könnte man die Haltestelle für 22a und 94a machen diese beiden zusammengelegt, weil diese beiden eben zumindest bis zur Steigentechgasse in die gleiche Richtung fahren dann hier 27a und 28a und hier hinter dann den 28b weil mehr als eine Doppelhaltestelle geht nicht also hier Doppelhaltestelle, da Doppelhaltestelle, da Einzelhaltestelle für den eventuellen 28b, da habe ich ja im Vorschlagvideo gesagt den eventuell, wenn es benötigt wäre und dann hier eben 93a, 91a, weil halt die auch in die gleiche Richtung fahren soweit zu Kagran dann schauen wir zur Donaustadtbrücke dort ist es ganz ein bisschen einfacher dort wird zwar auch was hingebaut und ich glaube, das wird auch ein Hotel ich weiß, ihr könnt jetzt gerade nicht sehen aber ich fasse mir gerade an den Kopf Hotel, Hotel, Hotel also hier wird was hergebaut aber das ist völlig wurscht das ist völlig unabhängig vom Karl-Effenberg-Platz oder wie der heißt und hier wäre dann die Aufteilung eben so hier oben hält 91a in Fahrt Richtung Zentraltanklager und 92b in Fahrt Richtung Ölhafen hier dahinter dann hält 92a in Richtung Aspern und 93a in Richtung Aspernstraße nein, in Richtung RZ Lokalstraße hier hält dann 92a auch noch weil das habe ich hier so ja, weil das ist eben eine Doppelhalterstelle das ist eigentlich keine Doppelhalterstelle das habe ich hier nur so geschrieben aber das ist dasselbe hier dann Doppelhalterstelle für 92a, 92b in Fahrt Richtung Kaiser Mühl und hier 91a, 93a in Fahrt Richtung Kagran dann zur Hadeggasse da haben wir dann hier hinten die Linien 93a und 93b in Richtung RZ Lokalstraße hier die Linie 92a in Richtung Aspern hier unter der U-Bahn die Linien 93a und 93b in Richtung Kagran beziehungsweise Aspernstraße und hier oben 84a stimmt nicht mehr das war ein Vorschlag den ich seither gelöscht habe aber 92a Richtung Kaiser Mühlen dann nach Aspern beziehungsweise zur Aspernstraße da habe ich eben, dass ich den Asperner Heldenplatz quasi diese Halterstelle auflassen würde und dafür die Benjowski-Gasse in beide Richtungen einhalten würde und dann kommen wir eben hier nach Aspern da würde ich das eben folgendermaßen ändern 97a und 98a in Fahrt Richtung Hausfeldstraße beziehungsweise hier Städtenort das heißt die Schulkurse vom 98a halten dann hier hinten bei dieser Doppelhaltestelle die Linie 92a bleibt da wo sie derzeit hält hier vorne die Linie 93b würde dann eben hier halten das ist namentlich die hintere Haltestelle am Wonkaplatz also nicht die vordere wo derzeit der 84a hält auch nicht die in der Mitte wo derzeit der 98a hält sondern die ganz hintere die glaube ich derzeit für den Schienenersatzverkehr verwendet wird diese Haltestelle direkt beim Ausgang von der U-Bahn die wäre für den 93b und dann hier auf der anderen Seite hier der 98a in Richtung Essling und hier ganz vorne die Regionalbusse man darf bei der Aspernstraße wirklich die Regionalbusse nicht vergessen ich bin auch kein großer Fan davon dass man irgendwann die Regionalbusse nur bis Seestadt führt ich bin dafür dass man die immer mindestens bis Aspernstraße führt und die sollen dann eben hier vorne halten weil das sind die einzigen Linien die hier die dann echt die Erzelsokalstraße ganz da rauf fahren weil derzeit halten die Regionalbusse hier beziehungsweise hier beziehungsweise habe ich sie noch nie wirklich von dort abfahren sehen also ich weiß nur dass sie hier die Stehzeit einhalten und hier eine Wiener Linienhaltestelle mit Regionalbusfahrplan ist mehr weiß ich hier auch nicht na gut also das ist dann Aspernstraße beziehungsweise Aspern und dann kommen wir noch zur Hausfeldstraße da hätte ich es so dass man entlang dieser Länge und das geht sich für vier Buslinien aus und mehr als vier Buslinien würden hier nie stehen dass hier 85a, 95b, 97a und 97b sowie die Regionalbusse alle von dieser Haltestelle die derzeit nur für die Regionalbusse und den Schienenersatzverkehr ist halten also von hier bis hier vorne da müsste man hier gegebenenfalls den Bürgersteigen ein bisschen dünner machen hier was eh geht weil hier ist er dünner also hier dieses Dünne bis hier hervorziehen und dann erst so raus aber dann könnte man hier zwei Doppelhalterstellen haben wo halt jeweils 85a, 95b und 97a halten beziehungsweise eben zwei davon hinten eine davon vorn und dann 97b und Regio also 97a und 97b und Regio dann woanders also hier Doppelhalterstellen und hier oben in der Guido-Lama-Gasse oder Guido, wie auch immer man den aussprechen will HF1 und HF2 ja, soviel dazu das wäre hier die Stationsverteilung dann komme ich jetzt vielleicht noch kurz zu Floridsdorf ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier auch diese Sachen vorgeschlagen habe mir scheint nicht aber dann gehe ich jetzt einfach mal nach Floridsdorf und zeige das einfach so her also in Floridsdorf würde ich das dann so haben 28a in Richtung Adaklarstraße hält nur noch hier in der Schlosshoferstraße 28a in Richtung Kargran beziehungsweise Mühlschüttel hält hier, wo er derzeit auch hält gemeinsam mit dem 29a hier hält dann eben auch der 29a der 33a hält dahinter die Regionalbusse zum Aussteigen halten weiterhin hier und den 20a, den würde ich dann in derselben Haltestelle halten lassen wie den 33a was heißt, dass die 28a, 29a Haltestelle eine Doppelhaltestelle ist die 20a, 33a Haltestelle eine Doppelhaltestelle ist und dann ganz hinten kommen dann die Regionalbusse hin was dann auch besser ist, weil wenn dann da wieder mal irgendein defektes Vinalinenfahrzeug rumsteht muss ich das nicht blöd in die 33a Haltestelle oder die Regionalbus Haltestelle stellen sondern kann sich ganz hinten hinstellen und die Haltestellen bleiben dann alle noch frei hoffentlich und auf der anderen Seite hatten dann nur noch auf der Seite die 29a Haltestelle und auf der Seite die 34a Haltestelle und in Sachen Straßenbahn das habe ich jetzt bei den anderen Haltestellen weggelassen weil es dort ziemlich straight forward ist haben wir dann hier der 32a Richtung Strebersdorf hält dann eben hier, wo derzeit der 31a Halt der 25a und der 26a halten dann in beide Richtungen nur noch in der Schlosshoferstraße soviel dazu ein etwas kürzeres Video zur Übersicht wo dann bei den größeren Umsteigeknoten die Linien genau halten danke fürs Zusehen das ist klar, wie ihr habt noch nicht euer dass es immer noch nicht in der Lage wird aber das ist immer noch nicht in der Lage ist wenn wir dann einfach in der Lage sind